Hallo, ich bin Elienix und das ist der 23. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Zum ersten Mal haben wir hier im Hintergrund jetzt Willow Creek und nicht Moonwood Mill, denn im letzten Part sind wir mit Iyana und Raya ja umgezogen. Und zwar wohnen wir jetzt hier mit Lily zusammen. Ich weiß zwar nicht, wie es euch geht, aber ich liebe diese Veränderung. Moonwood Mill war mir irgendwie auf Dauer jetzt schon ein wenig zu düster und da finde ich Willow Creek einfach perfekt. In diesem Part werden übrigens unsere Babys geboren. Also sowohl Iyana als auch Lily bekommen beide Zwillinge. Das heißt, wir bekommen tatsächlich vier neue Babys. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird, also starten wir am besten gleich mal in den Part hinein. Und mit diesem Anblick starten wir in den Part hinein. Wir haben Sonntag kurz nach 19 Uhr und ja, hier haben wir unseren Julian. Das ist ja der Sohn von Lily und mit dem haben wir uns bisher noch gar nicht auseinandergesetzt. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mal, wer sein Vater ist. Ach ja, genau. Orange Bailey Moon ist sein Vater. Und der hat auch noch andere Kinder. Noch ein anderes Kind und zwar Mirko Prescott. Mit May Prescott und die hat jede Menge anderer Kinder. Wow, in meinen Spielständen geht es wirklich immer rund. Auf jeden Fall ist es Julian. Ich finde ihn unfassbar süß und er ist ein Charmeur. Und er wünscht sich hier was mit Fabian. Wer ist denn Fabian? Ich kenne mich mit den Familienverhältnissen noch nicht so aus. Wer ist Fabian? Cousin. Ah, okay, stimmt. Fabian und Maya und Ben sind ja die Kinder von Angela. Und Angela ist die Schwester von Lily. Das ist alles wirklich kompliziert. Auf jeden Fall müsste unser kleiner Julian bald mal etwas essen. Lily, du stehst doch ohnehin gerade in der Küche. Wie wäre es, wenn du für alle Abendessen zubereitest? Also ich weiß nicht, ob du das kannst, aber mach mal Makaroni und Käse. Und Iana wird gerade angerufen von Lou. Wow, also um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Lou hat sich schon ewig nicht mehr bei uns gemeldet. Also wirklich ewig. Weder bei Iana noch bei Raya. Er hat sich schon ewig nicht mehr gemeldet. Dann hat Iana es jetzt endlich geschafft, einen Schlussstrich zu ziehen und von ihm wegzukommen. Und lebt jetzt mit Lily zusammen. Dann ruft er an und ist so, Hey, du lebst jetzt mit dieser Lily zusammen? Die ist ja voll süß. Sollte ich sie vielleicht besser kennenlernen? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich finde es unfassbar unverschämt. Aber ja, von Lou erwarte ich mir ja ehrlich gesagt nichts anderes. Deshalb werden wir einfach sagen, wenn ich du wäre, würde ich das nicht tun. Und du könntest dich übrigens auch mal wieder bei deiner Tochter melden. Iana geht es übrigens auch nicht gut. Die macht dir tatsächlich ein Nickerchen am Sofa. Aber du hast doch ein Bett. Sie wird jetzt erstmal aufstehen. Dann kann sie auf die Toilette gehen. Und bald werden ja schon alle gemeinsam Abendessen. Raya hat eigentlich keinen Hunger. Die spürt gerade Geschirr. Oh, sie ist so süß. Ich weiß nicht, womit wir diese Tochter verdient haben. Aber dann können wir ja eigentlich gemeinsam Abendessen. Wieso haben wir dann eigentlich keinen Tisch dafür? Ach, da ist der Tisch. Oh, ich bin so blind. Ja, der Tisch eignet sich sehr gut. Der ist sehr groß. Das passt tatsächlich perfekt. Dann werden wir die Makarone mit Käse gleich mal servieren. Und Lilly wird dann alle zum Essen rufen. Übrigens weiß ich noch immer nicht, in welche Karriere ich sie stecken soll. Also sie ist ja ein böser Sim. Also irgendwas Böses würde da schon sehr, sehr gut passen. Aber das müssen wir uns dann nochmal genauer anschauen. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, wo ich sie sehe. Aber jetzt gibt es zum ersten Mal ein Familienabendessen. Oh, wie süß ist das. Das ist irgendwie so ungewohnt, dass Jana und Raya einfach gesittert zu Abendessen, am Tisch sitzen. Und ich finde das einfach unglaublich cool. Julian, wo setzt du dich eigentlich hin? Kannst du hier am Tisch sitzen oder machst du irgendwas anderes? Okay, perfekt. Oh, wie süß, er klettert da rauf. Damit er alle im Blick hat. Und jetzt essen alle gemeinsam Makaroni mit Käse. Und hier können wir jetzt die Karriere auswählen. Ich schaue mir das alles nochmal an. Also hier haben wir Boss. Die Straßen sind dein Spielplatz. Du weißt, von hier aus gibt es nur zwei Wege. Nach oben an die Spitze oder nach unten unters Gras. Wow. Du, du willst nach oben. Gesucht wird eine Fluchtwagenfahrerin. Aber ich glaube, das ist auch die Karriere in der Lu war. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dann haben wir hier interstellare Schmugglerin. Der Sim, der die meisten Sterne einschleust, macht sich die unregierte Grenze zum Vorteil. Nehm jede Arbeit an. Vor allem solche, die nicht am Boden endet. Naja, ich weiß nicht. Irgendwie sehe ich sie da auch nicht so. Schurkin. Deine überragende Intelligenz und deine erstklassige Ausbildung sind zu schade, um an guten Taten verschwendet zu werden. Warum also nicht die Beste unter den Schlechtesten sein? Nein, Verbrecher. Das ist Lu. Okay. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist das ganz schön schwer, die Entscheidung. Schurkin. Vielleicht machen wir sie dann eher zum Boss. Also ich weiß nicht, auf was das hinausläuft. Ich wähle jetzt einfach mal diesen Job. Wenn ihr es kacke findet, schreibt es mir in die Kommentare. Wir können natürlich gerne noch einen anderen Job wählen. Sie hat einen Einstellbonus von 2440 Simoleons erhalten. Wow. Das hätte ich auch gern bekommen. Lilly ist jetzt Fluchtwagenfahrerin. Sie beginnt am Mittwoch um 20 Uhr. Ja, das klingt doch eigentlich ganz okay. Was muss sie dafür machen? Level 8 der Schelmfähigkeit erreichen und Level 2 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Und die Tagesaufgabe ist gemeine Interaktionen. Naja. Da sehe ich sie jetzt ehrlich gesagt nicht so. Das finde ich ein bisschen nervig. Aber zumindest die Geschicklichkeitsfähigkeit könnten wir lernen. Wobei, wenn wir Bücher kaufen, dann können wir eigentlich auch das andere lernen. Ich möchte nur keine schelmischen Interaktionen ausführen, weil das nervt mich. Haben wir hier irgendwo ein Bücherregal? Oh, Lilly hat sogar selbst ein Bücherregal. Na perfekt. Dann kaufen wir uns dafür jetzt gleich mal die Bücher. Fähigkeiten. Wir haben gesagt, wir brauchen Geschicklichkeit. Da kaufen wir mal Band 1. Und dann brauchen wir noch die Schelmfähigkeit. Schelmigkeit Band 1. Was ist lustig? Was ist illegal? Perfekt. Danke für die Bestellung. Die gekauften Objekte findest du im Bücherregal. Gut, die Bücher sind da. Dann kann sie ja einfach gleich mal Geschicklichkeit Band 1 lesen. Aber dann bald darf sie auch schlafen gehen. Sie ist immerhin schon sehr, sehr müde. Und bei Entbindung haben wir tatsächlich schon Entbindung in Fragezeichen, Fragezeichen stehen. Also die Babys kommen wirklich sehr, sehr bald. Dasselbe gilt übrigens auch für Iana. Die hat nur noch jede Menge andere Stimmungen. Aber auch hier Entbindung in Fragezeichen, Fragezeichen. Deshalb, Iana, geh mal auf die Toilette und geh schlafen. Wenn die Kinder kommen, müssen wir ready sein. Das werden vier Babys. Die werden unfassbar anstrengend. Ich spreche aus Erfahrung. Raya liegt tatsächlich auch schon im Bett. Und Julian, ja, der könnte eigentlich auch schlafen gehen. Der geht dann hier auch mal in sein Bett. Sein Zimmer sieht einfach noch so unglaublich leer aus. Wobei, irgendwie sehen alle Zimmer ein bisschen trostlos aus. Ich muss sie dann echt nochmal umgestalten. Also ich will alle Zimmer noch viel persönlicher machen. Aber irgendwie ist es so schwer. Weil ich die ganzen Charaktere irgendwie noch immer nicht so ganz kenne. Also auf Raya's Zimmer freue ich mich dann schon im nächsten Part. Weil da sollte sie zur Teenagerin werden. Oder sogar schon heute. Wieso steht da dann jetzt, dass Julian heute Geburtstag hat? Hä? Er hat doch eigentlich morgen. Okay, er hat noch immer morgen. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob sich das tatsächlich noch ausgeht, dass wir auch mit beiden Geburtstag feiern. Aber die Babys sollten auf jeden Fall heute kommen. Jana hat schon wieder jede Menge komische Stimmungen. Am Tag schläft man wegen Wehrwolf naturell. Mein Schlafrhythmus ist total gestört. Wölfe lieben die Nacht. Sorry, Jana, aber du hast jetzt einen Alltag mit Kindern. Zumindest bald. Da musst auch du einen Tagesrhythmus haben. Und dann ist sie natürlich noch traurig wegen Joaru. Ich glaube, wir werden seinen Grabstein jetzt auch gleich mal hier irgendwo platzieren. Vielleicht hier neben diesem Baum, der gerade irgendwie verschwunden ist. Genau, neben den. Ich glaube, das wäre ganz süß. Dann stellen wir das hier hin. Und vielleicht können wir ja noch die eine oder die andere Blume daneben platzieren. Das mag ich immer gern, wenn man so die Grabsteine ein bisschen schmückt. Das sieht dann irgendwie ein bisschen... Das ist eigentlich süß. So ein Zweig. Was auch immer das ist. Fröhliche Gelanden. Okay. Fröhliche Gelanden an einem Grabstein ist vielleicht ein bisschen makaber. Aber es sieht schön aus. Ich glaube, das haben wir auch bei der 100 Baby Challenge. Oh, das ist ja süß. Ja, einfach so schlicht ein paar Blumen. Ich glaube, das passt schon so. Aber dann werde ich die Nacht jetzt einfach mal durchlaufen lassen. Wir haben gerade die Benachrichtigung bekommen, dass Julian heute Geburtstag hat. Aber wieso hat denn nur Julian Geburtstag? Wieso hat nicht auch Raya Geburtstag? Ich bin verwirrt. Ich verstehe das Spiel nicht. Lilly, warum bist du aufgestanden? Nein, kein Nickerchen. Du sollst normal schlafen, wie jeder normale Mensch. Mach doch keine Nickerchen. Diese Sims. Und warum bist du wach? Oh, Raya muss pinkeln. Deshalb ist sie wach gut. Dann kannst du eigentlich auch gleich mal duschen gehen. Es ist zwar 3 Uhr früh, aber es ist Raya. Die kann machen, was sie will. Und dann wird auch sie nochmal ins Bett gehen. Warum können die Sims eigentlich nicht durchschlafen? Die sind doch wie Babys. Und jetzt muss Lilly auch noch dringend auf die Toilette. Was ist nur mit diesen Sims los? Ja, geh schnell. Pinkel dich bitte nicht an. Okay, sehr gut. Der Einzige, der durchschläft, ist tatsächlich das Kleinkind. Wow. Die erste, die aufsteht, ist Jana. Sie geht gerade auf die Toilette. Denn ja, auch sie muss ja dringend aufs Klo. Ich schiebe es mal auf die Schwangerschaft. Ich glaube, die Schwangerschaft ist dran schuld. Und dann kann sie eigentlich gleich mal Frühstück servieren. Sie wird einfach mal für die ganze Familie Rührei mit Speck machen. Und hier das Essen ist natürlich vergammelt. Na toll. Warum kümmert sich denn niemand drum? Dann werde ich das eben abservieren, wenn die gesamte Familie das nicht schafft. Ich bin nämlich schon sehr gespannt, wie das dann mit den ganzen Kindern wird. Denn irgendwie schätze ich weder Jana noch Lilly als so typische Mutterfiguren ein. Also ich bin schon sehr gespannt, wie die dann mit den ganzen Kindern klarkommen werden. Und mir ist beim Schneiden vom letzten Video übrigens aufgefallen, dass irgendwas mit ihrer Schlafkleidung nicht stimmt. Also die backt immer unglaublich und sie hat dadurch Löcher im Körper. Ich werde ihr mal ganz, ganz schnell eine andere geben. Vielleicht ist die ja daran schuld, dass mein Spiel öfter laggt. Könnte möglich sein. Deshalb werde ich das jetzt einfach mal rausgeben und ihr ganz schnell was anderes anziehen. Hier funktioniert es nämlich komischerweise. Aber egal. Wir geben mir einfach ein anderes Outfit. In was könnte sie denn schlafen? Einfach in dem da? Das ist fast ein bisschen zu freizügig. Vielleicht sonst einfach in diesem Hemd. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Sie bekommt jetzt dieses Schlafhemdkleid oder was auch immer das ist. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht backt. Und da sind wir wieder. Julian, gehst du schon wieder schlafen? Was ist denn mit diesem Kind? Warum warst du denn gerade wach? Dann kannst du gleich wach bleiben. Es ist halb acht Uhr früh. Ach, diese Kinder. Raya ist wach und muss in einer Stunde zur Schule. Dann kannst du dich mal hier hinsetzen und warten, bis das Essen fertig ist. Okay, das Essen ist fertig. Never mind. Nehmen wir mal was zum Frühstück. Und dann schauen wir mal, wie es den anderen geht. Ja. Julian kann eigentlich auch frühstücken. Warum ist er denn traurig? Arme Puppen. Wegen kaputten Puppenhaus. Jemand hat das Puppenhaus zertrümmert? Wie schrecklich. Wer hat das Puppenhaus von Julian zertrümmert? Iana, warst du das? Nein. Ich glaube, Iana war es nicht. Lily? Nein. Raya? Ich habe keine Ahnung, wer das Puppenhaus zerstört hat. Aber Raya geht heute alleine zur Schule. Ich freue mich schon so, wenn sie ein Teenager ist. Dann gehen wir auf jeden Fall ganz, ganz oft mit. Ich liebe das Gameplay in der Highschool. Aber in der Grundschule, naja. Finde ich es jetzt nicht so spannend. Deshalb müssen wir da jetzt nicht unbedingt mitgehen. Aber ich glaube, Iana verwandelt sich gleich. Ja. Toll. Ach, ich liebe Werwölfe. Die sind doch einfach nur großartig. Aber Raya, gehst du jetzt auch in die Schule? Sehr gut. Und der kleine Julian, der hat dann heute auch Geburtstag. Eigentlich könnten wir dann eine Geburtstagsparty gleich mal planen. Wobei, vielleicht kommen dann auch die Babys gleichzeitig. Wir planen jetzt mal keine Feier. Aber es ist so schwer einzuschätzen mit schwangeren Sims. Das ist echt immer sehr, sehr mühsam. Und Iana, du könntest dich ja mal um die Uni kümmern. Wie wäre denn das? Oh, wow. Ähm. Abschlussprüfung, Präsentation, Abschlussprüfung. Dann könntest du dich mal auf die Präsentation vorbereiten. Wo sind unsere Sachen für die Präsentation? Ich glaube... Vielleicht sind sie im Haushaltsinventar? Ähm, sieht nicht so aus. Was sind denn das alles für Sachen? Hä? Ganz viele komische Sachen sind da. Aber nicht unsere Uni-Präsentation. Ja, das ist jetzt halt schon irgendwie belastend. Ich weiß jetzt nämlich auch nicht, wie wir die wiederbekommen können. Ich werde jetzt mit Iana einfach ganz schnell mal nach Foxbury reisen. Vielleicht können wir das da ja kaufen. Das ging ja mit den Hausaufgaben auch. Also keine Ahnung, ob das möglich ist. Aber wir könnten es ja mal ausprobieren. Dann reisen wir mal nach Brichester und dann hier auf die Uni. Zu den Gemeinschaftsräumen. Und wir sind da. Hier ist dieser Verkaufsstand. Ich hoffe sehr, dass wir es kaufen können. Wieso können wir da jetzt nur Essen und Getränke bestellen? Hä? Ach, ging das hier unten? Was ist denn das? Uni-Bedarf. Uni-Bedarf kaufen. Nein. Uni-Objekte kaufen? Iana, schau mal schnell nach, ob das das Richtige ist. Oh, sie wird sich gleich in einen Wehrwolf verwandeln. Ich sehe es schon kommen. Und sie muss auch schon wieder pinkeln. Schwangere Sims müssen einfach die ganze Zeit pinkeln. Wow, hier können wir ja wirklich jede Menge Sachen kaufen. Und sehr viel Blödsinn. Ich hoffe mal, da ist auch das für die Präsentation dabei. Natürlich nicht. Dann müssen wir jetzt vermutlich ganz kurz wieder zum alten Haus schauen. Also ich werde jetzt mit Iana ganz kurz wieder zurückziehen. Und dann wieder ins Haus von Lily ziehen. Denn normalerweise müssten da noch die Sachen stehen. Und außerdem ist mir eingefallen, ich glaube wir haben auch den Ultraschall von Raya und ein paar andere Sachen im Haus vergessen. Dann können wir das einfach gleich mal in einem Zug holen. Ich werde den Haushalt jetzt mal ganz kurz teilen. Iana, wir machen mit dir einen neuen Haushalt. Ohne Geld. Ja, ja. Ich kann Tieten. Ich brauche kein Geld. Und dann ziehen wir mit ihr mal hier zurück nach Moonwood Mill. Hemming Re-Real Estate On. Perfekt. Und ich hoffe, dass da jetzt noch alles steht, so wie wir es hinterlassen haben. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe es zumindest. Und hier sind wir. Oh nein. Das ist nicht da. Wie können denn so Sachen immer verschwinden bei mir? Aber zumindest die Geburtsurkunde und die beiden Ultraschalls. Ist das die Mehrzahl von Ultraschall? Ich habe keine Ahnung. Aber die sind zumindest da. Aber die Uni-Präsentation, die ist natürlich nicht da. Das heißt, das können wir nicht abschließen. Wow. Super toll. Da steht sogar noch Essen. Da steht Rührei mit Speck, das Iana hergestellt hat. Das ist ja wie ein Geisterhaus. Ganz schön gruselig. Und sie setzt sich auch sofort wieder zu ihrem alten Computer. War jetzt nicht so ein erfolgreicher Ausflug. Aber dann ziehen wir einfach wieder zu den anderen zurück. Immerhin wird Iana kaum alleine in Moonwood Mill bleiben. Das wäre schon irgendwie ziemlich traurig. Oh stimmt, ihre Eltern wollten wir auch noch besuchen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Woher hat sie dann jetzt fünf Simoleons? Ach, weil sie Tantiemen bekommen hat. Sehr gut. Du bist einfach Troll. Und wir sind wieder da. Ich glaube, während wir warten, dass die Wehen einsetzen, könnten wir eigentlich zu Ianas Eltern reisen. Vielleicht nehmen wir Lily und Julien gleich mit. Denn Iana verwandelt sich sicher gleich. Wobei, nein. Ihre Eltern wissen noch gar nicht, dass sie eine Werbefin ist. Toll. Das sollte sie ihnen vielleicht sagen, dass sie jetzt gegenüber wohnen und sie das leicht sehen könnten. Ist das Rory? Nein. Okay. Ich dachte, das sind ihre Haare. Was bist du? Meisterherstellerin Tina Tinker. Was ist eine Meisterherstellerin? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber gut. Lily wird dann noch ein wenig Geschicklichkeit lernen. Das braucht sie immerhin für ihren Job. Und irgendwie würde ich es cool finden, wenn Lily ganz erfolgreich in ihrem Job wird. Nein, Julien, das machst du garantiert nicht. Aber natürlich sagt auch niemand der Erwachsenen was. Denn eigentlich ist es ja allen egal. Julien, du wirst jetzt versuchen, dein Puppenhaus zu reparieren. Ich bin schon sehr gespannt, ob du es schaffst. Ich habe keine Ahnung. Dein Kind sollte das nicht können, oder? Ah, reparieren mit Iana. Ja, gut. Dann kann Iana dir dabei helfen. Ich glaube, die beiden sollten sich ohnehin besser kennenlernen. Oh, das sieht doch toll aus. Du musst nicht weinen, Julien. Iana kümmert sich um alles. Siehst du, es ist wieder wie neu. Und dann kann er jetzt hier mit Puppen spielen. Und Iana ist sehr, sehr wütend. Die könnte ja einfach mal wieder ein neues Buch anfangen. Und bald wird sie sich verwandeln. Ich sehe es schon kommen. Was passiert eigentlich, wenn sie sich verwandelt und dann in die Wehen kommt? Das würde mich interessieren. Entschuldigung schreiben für Lilly? What? Was für eine Art von Entschuldigung denn? Habt ihr euch gestritten? Nein, die sind doch beste Freunde. Die verstehen sich voll gut. Oder Entschuldigung für die Arbeit. Ich verstehe es nicht ganz. Aber egal. Sie wird jetzt mal ein Genrebuch schreiben. Sie wird ein trauriges Buch schreiben. Warum nicht? Iana ist, glaube ich, schon ein melancholischer Sim. Also manchmal zumindest. Wieso tust du denn nicht, was ich dir sage? Oh, wen haben eingesetzt? Iana platzt vor Freude, ihren Nachwuchs zu sehen. Iana bekommt ihre Babys. Achtung, Iana bekommt ihre Babys. Geh mal da nach oben. Hier haben wir ja zwei Wiegen. Und sie wird die Babys jetzt einfach gleich hier im Haus bekommen. Ich bin schon so gespannt. Also es sollten ja auf jeden Fall Zwillinge werden. Zumindest laut dem Ultraschall sollte es ein Mädchen und ein Junge werden. Und eines dieser Babys wird unsere erste Disney-Prinzessin, nämlich Schneewittchen. Und das Mädchen von Lily wird dann ja die böse Königin. Also sozusagen das Bösewicht-Äquivalent zu Ianas Kind. Und das finde ich absolut großartig. Aber gut. Iana, du bekommst jetzt mal dein erstes Baby. Ich bin schon sehr gespannt, was älter wird. Welches Baby wird wohl älter? Der Junge oder das Mädchen? Und in einer Stunde müsste sie auch noch zum Unterricht. Unser Mädchen ist älter. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Mädchen. Wie möchte ich es nennen? Also danke erstmal für eure Namensvorschläge. Der Vorschlag des Namens, für den ich mich entschieden habe, der stammt von Moritz. Ich blende euch das Kommentar hier jetzt ein. Und zwar hat er vorgeschlagen, dass wir unser Mädchen Alaska nennen. Und das finde ich unglaublich süß. Also ich liebe diesen Namen. Und deshalb heißt unser erstes Mädchen, das unser Schneewittchen wird, Alaska. Alaska. Es sieht so schön aus. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den Namen wunderschön. Also auch wenn man ihn liest. Ich finde ihn einfach großartig. Perfekt. Und das zweite Kind ist, wie wir schon wussten, ein Junge. Und jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie ich den nennen sollte, weil niemand hat einen Namen für einen Jungen vorgeschlagen. Ich muss kurz googeln. Gut, ich habe mich für einen Namen entschieden. Und zwar für Danny. Und zwar stammt dieser Name ebenfalls aus dem Disney-Universum. Das ist nämlich der kleine Junge aus 101 Dalmatiner. Und ich finde, das passt irgendwie ganz gut, weil seine Mutter ist ja ein Wehrwolf und Dalmatiner sind Hunde. Also ich weiß nicht, ob diese Connection irgendwie Sinn ergibt. Auf jeden Fall finde ich den Namen Danny unglaublich süß und deshalb heißt jetzt unser Junge so. Falls euch was Besseres einfällt, schreibt mir das natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und hier sind jetzt unsere Babys. Achso, da haben wir Alaska und... Okay. Danny möchte anscheinend da drüben liegen. Nein, Iana, du gehst jetzt nicht dir irgendeine Schmuckschatulle anschauen. Du kümmerst dich jetzt um dein Baby. Du wirst jetzt einmal mit Alaska sprechen. Dann wirst du sie einmal füttern. Und dann wirst du sie einmal liebkosen. Und dann machst du das Gleiche bei unserem Danny. Vielleicht merkt man jetzt schon ein bisschen den Charakter der beiden. Also sie möchte Aufmerksamkeit und schreit die ganze Zeit. Und Danny lebt einfach ruhig und gechillt in seiner Wiege. Und dem geht es einfach gut. Aber trotzdem wird Iana jetzt auch mal mit ihm reden und ihn einmal schaukeln. Super süß. Und jetzt ist auch noch Lilly in den Wehen. Oh mein Gott, es ist ja wirklich nur Sekunden nacheinander passiert. Lilly, geh auch du mal hier rauf. Also wie gesagt, Jana hat ja unser zukünftiges Schneewittchen bekommen. Und Lilly wird die böse Königin bekommen. Und ich freue mich schon wirklich unglaublich auf dieses Gameplay. Wobei ich habe jetzt halt noch keine Ahnung, ob wir die normale Disney Legacy mit den Prinzessinnen spielen. Oder nur diese mit den Bösewichten. Oder ob wir beides kombinieren. Ich habe echt noch gar keine Ahnung. Aber jetzt wird erst mal Lilly ihre Kinder bekommen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Also eigentlich, ja. Es wird ein Mädchen und ein Junge. Genau wie bei Iana. Iana, wo gehst du denn hin? Oh, Iana muss zur Vorlesung. Stimmt. Und auch hier wird zuerst das Mädchen geboren. Und wie gesagt, das ist ja unsere böse Königin. Also die böse Königin zu Schneewittchen. Ich weiß, normalerweise ist das ihre Stiefmutter. Aber irgendwie ist die Story doch auch ganz cool, wenn es ihre Stiefschwester ist. Also ich stelle es mir auf jeden Fall sehr, sehr cool vor. Und ich freue mich schon wirklich sehr darauf, diese Geschichte zu erzählen. Und zwar werde ich hierbei den Namen nehmen, den mir die liebe Annabelle vorgeschlagen hat. Und zwar hat sie Regina vorgeschlagen. Und ich finde, der Name passt einfach perfekt. Außerdem hat sie es geschrieben. Ich finde es eine gute Idee, wenn Lillys Kind dann der Bösewicht wird und Ianas Kind dann die Prinzessin. Und das genau ist ja mein Plan. Also ich finde es wirklich immer super, wenn ich Bestätigung von euch erhalte, dass meine Ideen gut sind. Weil ansonsten ist das tatsächlich immer relativ schwer einzuschätzen. Aber gut, unser Mädchen heißt jetzt Regina. Passt ja auch wegen Regina George. Ich glaube, so hieß doch die Böse bei Mean Girls. Wenn mich nicht alles täuscht. Und die ist ja auch ziemlich böse. Deshalb wird das jetzt unsere Regina, unsere böse Königin. Und noch ein Junge, auf den ich mich nicht vorbereitet habe. Ich schaue nochmal schnell in der Namensliste nach. Und zwar werde ich den Jungen Jasper nennen. Das stammt nämlich ebenfalls aus 101 Dalmatiner. Und eigentlich ist Jasper zwar der Bösewicht, aber ich weiß noch nicht so genau, wie sich das entwickelt. Irgendwie würde ich es auch cool finden, wenn sich die beiden Jungen unglaublich gut verstehen. Also Danny und Jasper werden einfach Freunde fürs Leben. Und Alaska und Regina hassen sich einfach. Irgendwie würde ich das Gameplay unglaublich gerne spielen. Aber schreibt mir eure Ideen natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das mit denen weitergeht. Danny hat großen Hunger. Wenn man ihn nicht füttert, wird dieses Baby abgeholt. Warum weint er denn gar nicht? Danny weint einfach gar nicht. Aber gut, Lilly wird ihn dann mit der Flasche füttern. Und dann kann sie sich auch noch um die anderen Babys kümmern. Die sind aber auch ganz ruhig. Oh nein, unsere Regina schreit natürlich. Wie sollte es anders sein? Dann können wir auch sie füttern. Einmal mit ihr reden. Und einmal liebkosen. Und dann machen wir das gleiche auch noch bei unserem Jasper. Ich finde das unglaublich süß. Wir haben so eine große Familie. Ich hätte auch irgendwie dann gern, dass Lilly und Jana die jeweils anderen Kinder dann sozusagen als Pflegekinder adoptieren. Also schreibt mir auch gern in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. Aber gut, an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!